In der Schweiz herrscht in Bezug auf die Coronavirus-Pandemie so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm. Denn obwohl die 7-Tage-Inzidenz mit 425 im Vergleich zum Nachbarland Österreich mit fast 1100 noch verhältnismäßig niedrig ist, besteht die Gefahr, dass sich das schnell ändert. Das meint Tanja Stadler, Leiterin der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe, die den Bund berät. Die Schweiz könne Mitte Dezember an einem ähnlichen Punkt stehen wie Österreich heute, sagte Stadler. Patrick Mattis vom Bundesamt für Gesundheit erläuterte, die Lage sei als, so wörtlich, sehr ungünstig mit einer Tendenz zu einer weiteren Verschlechterung einzustufen. Die Anzahl der täglichen Neuansteckungen verdopple sich etwa alle zwei Wochen. Gegenlenken ist nach Einschätzung der Behörden durch eine Impf-Auffrischung sowie entweder durch eine Maßnahmenverschärfung oder mehr Eigenverantwortung der Bevölkerung möglich.